Heute ist für mich ein verrückter Spiel. Echt Goal und wir sind die Finale. Das ist für mich wichtig. Alle Spieler arbeiten heute 100 Prozent. Wir arbeiten mit allen, um zusammen zu bleiben und zusammen zu arbeiten. Wir sind ein starkes Team und wir gewinnen jedes Spiel. Wie wichtig war es für dich, zu scoren? Für mich ist es wichtig. Ich habe ein wichtiges Penalty. Ich habe ein paar Messungen von den Fans. Positive Messungen. Ich brauche, um zu scoren. Das ist mein letzte Goal. Ich glaube, es ist das letzte Jahr. Ich score, wir sind in der Finale. Ich bin so glücklich. Jetzt haben wir eine Konzentration für einen Tag. Es sah wie, wenn du scoren, du ran nach dem FC Nord-Stand. Was das für ein Ziel? Oder warum gingen Sie so weit? Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir gegen dieses Team spielten. Von Nord-Stand, wir gehen nach Sektion 12. Das war auch eine gewisse Spiele. Ich habe die Penalty. Und ich sagte, okay, ich gehe jetzt. Und 50-50? Ich weiß nicht, ob jemand sagt etwas oder nicht. Es ist eine Freude für einen Ball. Und wenn es die Fans gibt, dann gehe ich nach links. Was haben Sie und Makontis gesprochen? Was ist das gleiche? Ich komme auf der Piste und sage etwas zu mir. Ich schaue mich auf den Elbe. Und auch mit Kamil. Und ich sage etwas. Es geht nicht. Wir sind in der Finale. Ich gehe nicht. So, ich sage die Corona-Saison. Und ich habe mich mit dem Lernst-Klipfen. Ich habe mich mit dem Lernst-Klipfen. Und ich habe mich mit dem Lernst-Klipfen. Und ich habe mich mit dem Lernst-Klipfen. Auch nach dem Lernst-Klipfen. Wie habe ich das? Der Lernst-Klipfen von FC Copenhagen gespielt? Bromby ist für mich das wichtigste, das gegen Bromby zu scoren. Es ist ein sehr wichtiges Score, ich nicht score, und ich sage auch den Fans, das ist mein Fehler. Es sind 88 Minuten und alle Leute hier im Stadion schreiben mir vielleicht ein tausend Messages, es ist nicht dein Fehler, und ich sehe diese Messagen, ich gehe heute auf die Piste und ich score, und das ist auch von den Fans. Hast du das mit Marcondas geschlossen? Nein, nein, nein. Ich will nicht von diesem Mann fragen, wir sind in der Finale, ich will heute eine Celebration, und morgen habe ich meine Hände auf den Mondag. War er schuldig? Nein, nein, er will nur etwas sagen, ich will nicht zu viel auf ihn. Er will fünf Minuten extra, wie man diesen Mann anbeten kann, und ich sage, okay, du willst acht oder zehn Minuten mehr? Es will nicht mehr sein, was wir wollen, und das ist es. Ich sage nichts mehr. Dennis, du hast noch ein ganz wichtiges Spiel gegen Nordjylland auf dem Mondag. Kannst du das gleiche gegen sie auf der Piste machen? Es ist nicht so, dass wir uns nicht wichtig sind. Wir haben sechs wichtige Spiels. Wir haben noch nicht neun Punkte, wir haben nur zwei Punkte, wir haben fünf Spiels in der Superliga, wir haben in der Finale, wir haben sechs wichtige Spiels. Und wir werden sehen, ich sehe, das letzte Saison ist auch von der letzten Spiel, vielleicht auch von dieser Saison, und wir werden sehen, dass wir erst zwei Punkte sind, und drei in Wiborg, und auch in Wiborg ist drüben. Wir haben konzentration auf dem Mondag und müssen wir gewinnen, und wir sind vorbereitet für Bromby. Was ist das Gefühl in der Lager-Runde, dass du jetzt auf der Lager-Runde kannst? Nein, wir sind glücklich. Das ist in der Kupfer und wir sind in der Finale. Ich weiß nicht, dass der Kupfer in der letzten Kupfer gewinnen ist. 17 Jahre? Ja, 17 Jahre. Ich sehe das in der Kupfer. Wir haben auch etwas gesagt. Wir haben den Kupfer geändert und wir haben zwei Trophäe. Wir sind in der Finale. Wir sind in der Kupfer. Wir haben auch zwei Trophäe gegen Nordjylland. Wir sind in der Finale. Wir haben heute ein wenig gegründet. Vielleicht nach der Finale, wenn wir gewinnen. Wir müssen uns auf Montag vorbereiten. Das ist auch ein wichtiges Spiel. Es sind nur vier Tage. Für uns ist es wichtig für alle Spieler. Wir haben viele Spielerinschulden. Wir sehen uns auf Montag. Haben Sie die Finale mit Selina gespielt? Nein, ich habe noch nie gespielt. Das ist meine Karriere. Ich fühle mich sehr gut. Kennst du, wer wir in der Finale treffen? Ja, ich verstehe. Was denkst du daran? Ich weiß nicht. Das erste Spiel war 50-50. Vor dem Spiel war 2-1. Ich weiß nicht. 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 Wir sind in der Finale. Wenn wir in der Kupfer gewinnen. Es ist nicht egal. Es ist Jürgenburg oder Alburg. Dennis, wie du sagst, hast du fünf Spiel left in der Liga in der Liga, aber du kämpfst, um auf den ersten Platz zu bleiben? Ja, wir kämpfst. 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 Du kämpfst. Du hast mega hart mit deinen Händen. Ihr Freund, verstehe? Ja, er verstehe. Er verstehe. Er verstehe. Er verstehe. Ich frage. Wer hatte die höchste odds auf FCKs kampf in der letzten Monate? Das war Unibet. Ik da für mich fürmorgen. Ich sempf. Es strach. John Stade Wir kämpfst.